Wir haben noch keine Reifen einer Rennsimulation unterzogen. Es stehen noch mehrere Sessions zur Verfügung. Die Zeit drängt also noch nicht, aber irgendwann sollten wir uns für ein Reifenabnutzungsprogramm Zeit nehmen. Wir haben jetzt auch die Fünfte. Wir werden dann wieder fünf Startplätze zurückgehen. Aber das geht ja noch fast, weil den Start kriege ich eh nicht so gut hin. Aber trotzdem doof. Es ist natürlich nicht gesagt, dass wir einen Pole machen, also müssen wir mal gucken. Erstmal fangen wir natürlich wieder hiermit an. So viele Punkte wie möglich sammeln. Was klappt, das klappt. Was nicht klappt, das klappt nicht. Das Wichtigste ist halt, das Allerwichtigste ist halt im Rennen. Wohl lange, dass der hier noch fährt. Kommen wir uns mal ein bisschen an. Na, wo kann ich denn mal? Gleich erst. Wir müssen gleich, dass ich wieder dran bin, ne? Ach, das war ja die tolle Strecke, die mir liegt. Setup habe ich da von Steam wieder. Steam Workshop. Irgend so ein Event mit anderen Autos war die nicht so toll. Das ist so Dreck hier. Mal sehen, was das hier wird. Fekt wird es schon mal nicht. Boah, das ist sehr kurvenreich, die Strecke, ne? Sehr komische Kurven. Oh, komm, ich bin zu weit raus. Hinlang das schöne Gerade. Der S. Oh, den Bremsflug habe ich gut erwischt. Ah, ich traue mich gar nicht. Ah, guck mal an, wie weit wir hier von der Ideallinie wegkommen, ne? Wieder mal. Und hier auch. Na gut, das ist natürlich nicht optimal. Na gut, ich kann so viele Punkte sammeln, wie es geht. Aber es ist auch nicht schlimm, wenn ich eine andere Linie fahre. Allerdings nicht so wie eben. Das ist natürlich... Oder wie hier. Das geht natürlich nicht. Shit, die sollte ich vom nächsten Rennen am besten üben. Scheinst du noch ein paar Probleme zu haben? Kurve 4, Kurve 11, Kurve 13, Kurve 15, Kurve 19. Ich glaube, ich befürchte... Die Strecke liegt mir nicht gut. Wir haben immer noch eine WM offen, ne? Also, hm. Warum... Ich war doch immer so richtig gefahren. Ja, komisch. War ich doch viel zu langsam, oder was? Ich verstehe das manchmal nicht. Das Auto rutscht halt immer weiter nach. Die Aerodynamik ist halt scheiße. Brems zur Not weit vor jetzt. Würde ich... Im Normalfall nicht machen. Hier rutsche ich aber, ne? Ich fahr jetzt nicht Vollgas. Dann krieg ich die Kurven. Aber das ist natürlich auch nicht so toll. Hier wesentlich besser eine Runde. Die letzte Runde des Programms. Die letzte Runde des Programms. Die letzte Runde des Programms. Die sauberer Runde. Aber, naja. Oberal. Die nächste Runde. Die nächste Runde des Programms. Zwei Runde. Ein bisschen über die Körbsfahren ist, glaube ich, sinnvoll. Ah, da kann ich noch später bremsen. Ich werde eh wieder eine leicht andere Linie fahren, wie man oft hier aussieht. Aber dann, wenn ich zu schnell war, dann stehe ich quer als Auto. Ah, es geht schon besser hier. Das Reifenverschleiß wird bestimmt hoch sein, oder? Programm abgeschlossen. Gute Arbeit. Geh an zur Garage zurück. Sehen wir uns die Daten an. Für drei Runden, glaube ich, ne? Naja. Das mit den härtesten Reifen. Das ist eine Reifenmordende Strecke und das wird mir nicht so gut liegen. Immerhin so. Und hier hatten wir geschafft, äh, saubere Runde und DRS-Test. Naja. Ist noch nicht außerhalb gekrefft. Der erste Sektor ist Katastrophe. Noch zweiter auch relativ. Und dritter geht ja schon fast. Aber Raikön hat schon mal schon mit Rot gefahren. Ich weiß, es ist verlockend, sich ganz und gar auf das Rennen zu konzentrieren. Aber wir sollten die Gräuterrein-Simulation nicht gänzlich außer Acht lassen. Versuche sie vor dem Ende des dritten freien Trainings durchzuführen. Das werde ich tun. Ich weiß gar nicht, wie das Wetter nochmal aussieht. Ich glaube, es ist relativ trocken. Das geht ja doch. Und mit den roten Reifen auf jeden Fall schon mal wesentlich besser. Aber dass wir die drei weißen Mischungen kriegen, kann das ja hier eigentlich nicht, der Verschleiß, nicht, auch nicht exorbitant hoch sein. Mal sehen. Ich habe nochmal dieses lustige Programmchen, das ich nie so wirklich mag. Oh Gott, das wird... Wie soll ich das denn machen, ey? Guck mal, die Reifen... Was soll ich denn hier die Reifen fangen? Wir haben noch Benzin für etwa vier Runden. Das geht überhaupt nicht. Ich werde überhaupt nicht grün da. Also ich... Verstehe ich nicht. Was? Das geht ja gar nicht. Von dem Fleck von diesem roten da. Hä? Also beanspruche ich es meinen Reifen bis aufs Äußerste. Das ist immer schlecht zu wissen. Wie soll ich denn... Ich weiß ja nicht, wie ich das machen soll. Okay, wir müssen das Tempo... Wir erreichen unsere Ziele nicht. Wir würden das Programm erneut durchführen müssen, wenn wir das Delta nicht in den grünen Bereich kriegen. Das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Das... Das ist vielleicht wieder so eine Strecke, da könnte ich eher wieder Benzinschwein. Das pendelt immer von Strecke zu Strecke. Ich glaube, auf Strecken, wo ich ein bisschen Reifen schonend bin, schneide ich da auch besser ab. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das werde ich... Äh, gut. Es ist ja Reifenverschleiß eben höher. Dann bekommen wir eben nicht so viele Ressourcenpunkte. Aber ich muss natürlich... Vielleicht wird etwas recht gehen ungefähr 10 bis 15 Minuten. Und sehen... Und wir werden auch sehen, ob ich Konkurrenz fähig bin. Etwas reden hier auch noch. Hier kann man natürlich ein bisschen vom Gas gehen. Ja, deswegen... Ja, das wird wohl eher eine Strecke für sowas sein. Beides kriege ich irgendwie oft nicht hin. Auf eine Strecke. Keine Ahnung. Voraus jetzt bin ich auch vielleicht genug. Das kann man natürlich auch mal dazu. Das ist ja auch immer das Blöde. Ja, wenn... Kann man das nicht richtig bewerten und blablabla? Das ist schon irgendwie wie ein Scheiß. Den muss noch schnell genutzt sein. Ja, gut. Wenn man unendlich langsam sein kann, dann kann man ja auch alles perfekt schonen. Weil... Das wäre ja auch realistisch eigentlich. Warum muss ich das ja sozusagen im Rennen selber einteilen? Wenn man natürlich zu langsam fährt, dann kann man zwar alles noch mehr schonen, aber es ist halt zu langsam. Muss man das ein bisschen kalkulieren. Deswegen hätte das... Diese Trainingsprogramme hätten das ruhig so beibringen können. Tun sie eh nicht. Wir sind deutlich schnell genug. Das war eine akzeptable Runde, aber du schaffst definitiv mehr, wenn du daran arbeitest. Ich bin noch nicht die schnellsten Reifen alles ausprobiert. Ja, optimal kriege ich auch nicht hin. Ich weiß nicht. Ich hatte ja noch Luft nach oben. So scheiß die Strecke auch nicht. Das geht. Da könnte doch wieder was gehen. Aber ich befürchte, wir kommen nur mit Siegen an die Wettbewerbschaft. Das ist halt immer das Schwierige. Dass ich da vorne konkurrenzfähig bin, das bin ich. Aber ich kann jetzt nicht alles... Ich schaue nicht alles in Grund und Boden. Okay, gute Runde, aber da geht noch wesentlich... Ah, ganz knapp nicht optimal, ey. Schade. Ich habe so abgebremst für diese Runde hier schon. Nicht übertreiben. Nicht übertreiben. Etwa zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Ja, das wollte ich erreichen. Gott sei Dank. Da muss ich mich ein bisschen konzentrieren. Dann hat schon mal alles ganz gut geklappt. Also, bei Zielsparen kannst du hier schon mal ein bisschen konzentrieren. Das ist auch ganz gut. Dann kann ich ja auch eher vielleicht mit Fett fahren. Das ist auch nicht schlecht. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1,43,9. Ah, die sind mit mindestens zwei Bolin-Einstellungen. Ah, weiß ich nicht. Auf einer Sektor 3 hätte ich auch ganz gerne. So. Dann gucken wir mal in der nächsten Folge, wie es weitergeht mit unserem Speed. Das sieht ja schon mal jetzt nicht schlecht aus. Wenn der hier schon gut ist, dann bin ich mal gespannt, was das noch wird. Das spule ich nochmal vor hier. 28,2. Da fehlen natürlich noch 8 Zehntel auf Hamilton. 21,2. Oh, da auch wieder 8 Zehntel. Und da wahrscheinlich auch. Ja, oder eine Sekunde. Ja, gut. Aber das kann ich noch aufmachen. Das sieht sonst schlimmer aus. Ich glaube, ja, da könnte noch was gehen. Das werden wir in der nächsten Folge dann ja in Erfahrung bringen. Alle Autos sind über die Ziellinie und die Top 3 stehen nun fest. Aber hier fehlen 2,5 Sekunden. Die 10. Gut, die haben auch keinen Ultrasoft gefahren. Das war's dann mit dem Training. Wir sehen uns bald wieder. Gucken wir mal, was das gibt in der nächsten Folge. Viel Spaß. Oder vielen Dank fürs Zuschauen, meine ich. Und bis dahin. Bis dahin.